Da hab ich eigentlich plattgemacht, ey. Egal. Glaube ich meine Punkte hier gleich wiederkriege. Stört mich das nicht. Ja, obwohl jetzt wieder... Pfff, nur ohne Zeit. Die sich hier dann noch anders nutzen können. Pfff, aber okay. Ist dann nun mal so. Ah, fuck. Wir versuchen hier erstmal eins zusammen hier. Schnell. Nein, jetzt. Okay. Ah! 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 Komm, komm, komm. Okay. So. Das war er. Ja. Alter. Scheiße. Ich bin mal ganz schön schade. Junge, Junge. Komm zu Papa. Komm. Komm nicht mit beißen. Sitze. Weg da, weg da, weg da. Passert. Passert. Oh, scheiße. Oh nein, da ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Aufzubrennen. Komm zu mir. Komm. Ich warte hier auf dich. Nee, sieht schon fies aus. Fuck you. Ich bin ja wieder aufgestanden. Blöde Drecksau. Mensch. Das kippt es doch gar nicht, Mann. Ich sollte da hinten eine Granate hinschmeißen. Wozu gibts die Dinger denn? Ja. Scheiße. Das ärgert mich jetzt schon wieder so dermaßen, dass ich das unbedingt nicht schaffen will. Das muss doch möglich sein, oder was? Wer ist denn der Fall? Ja, ich verlebe. Manchmal ist man hier... Ah, Mann! Achso, wenn man die nicht auswählt, dann haben wir die auch nicht, oder wie? Blödschwart, ne? So, komm! Komm zu mir! Mit mir geht's! Ah, jetzt noch ein Blink hier! So! Wie ist so Druckwelle? Granate! Okay, warum nicht gleich so? Scheiße, er trifft trotzdem! Das ist blöd! Das ist blöd! Das ist blöd! Uh! Ey! Hey! Das ist uncool! Scheiße! Was haben wir noch für Tränke? Das ist das, was wir hier haben! Die Energie! Für 30 Sekunden! Feuerwiderstand! Magie! Ich blüte da! R2 Geh' 2 3 6 R2 10 10 10 11 12 13 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. So, die haben wir schon geöffnet. Vielleicht ein zusätzlicher Attributspunkt. Das war's für heute. So, die kann ich alle einsetzen? Okay. Das wollen wir auch vorher mal sagen. Das war's für heute. Und ich quäle mir hier ständig einen ab. Ja, so einige ist einfacher gewesen. Aber okay. 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 Okay.